Ja, moin moin liebe Leute und herzlichen Willkommen zum nächsten Mal aus der DS2. Letzbleh, wie wir mit Peter. Ja, wir fahren jetzt von Berlin aus nach Christian Sand. Und ja, ich bin zwar nicht alleine. Ich habe zwar, aber Kevin ist mit dabei. Nur, ich habe es jetzt so gemacht, dass ich ohne, ja ohne ihn jetzt sehr oft habe ich zwar mache, er fährt mir zwar in der Arzt, bekannt, aber es wird so aussehen, dass ich quasi das Video alleine studiere. Denn, ja, man muss ja mal ein bisschen auf die Idee ist, aufbauen und von da, was ist das noch? So, nebenbei schauen wir raus auf die Ampel. Ja, so quasi Kevin ist hinter mir als Begleitschutz und ja, das passt schon mal auf. Und ja, so kann man zwischendurch in Ruhe machen, ohne dass ihm was geht. Mal schauen, wie sich das Letzbleh jetzt entwickelt, denn ja, ich habe so einiges geplant heute noch und von daher, ja, mal gucken. Ja, die Tour geht heute nach Christian Sand, das heißt, ähm, ja, eine Tour und dann ab dem. Und dann habe ich heute genug eigentlich eingefahren für die Fahrt und ja. Hauptsache, es passt. Ja, ich versuche jetzt die Tour ganz gemütlich durchzuziehen, das heißt, in der Ruhe liegt die Kraft. Und von daher passt es. Ähm, ja. Heute ist der Tag eigentlich heute Sonntag und ja, ich habe mir eigentlich vorgenommen, zwei Letzplays zu machen. Wie ihr seht, klappt es nochmal, aber es ja auch. Und von daher passt es. Und von daher passt es. Es wird heute auf jeden Fall noch eine weitere Folge geben. Von mir, ähm, und zwar ein... Opener? Ja, und C2 Letzplay. Das heißt, ähm, ja, das wird es auf jeden Fall geben. Und dann mal sehen, wie es war. Was ist das? so ja wie immer die zuletzt meist kommentieren sie von selbst das heißt in der ruhe nicht kraft und von daher so ja jetzt folgen heute mehrere konvois noch nicht konvois sondern auch mit meinem neuen intro das heißt das intro werde ich jetzt dann nachher bearbeiten und es wird nachher mit online gehen das heißt ab sofort wird es dann so laufen dass es einmal das intro gibt und dann zum schluss noch mal das ich werde mich auch auf youtube dann meinen namen ändern das würde ich auf jeden fall machen denn ja es hat sich so einiges getan ja wie es halt ist ich werde darüber nicht reden ja es würde ein paar probleme geben und ich weiß nicht was dann passiert denn ich baue mir gerade eine community auf eigentlich und alles läuft wunderbar so wie es jetzt gehört so ja wir fahren nach christiansand heute ja eine kleine gemütliche tour eigentlich habe ich ja geplant heute noch eine folge in der tsm zu machen aber die wird es dann morgen geben denn ja dienstag donnerstag und samstag wird es multiplayer folgen geben und dann unter der woche auf jeden fall montags mittwochs und freitags auch wieder dann die promos und sonntag natürlich alter was war das ihr habt es gesehen was da gerade mal wieder war und ja ich glaube da müssen wir wieder welche naja ich sag mal so reportet werden aber noch nicht ähm ja ich muss mal schauen denn tanken muss ich auch ja mein intro wird es dann auch bald geben wenn ich es heute noch weiterkriege äh oder beziehungsweise heute dann schon reinschneide dann könnte alles funktionieren denn ich tue meine videos zum beispiel nicht rendern das heißt ich bring's ja original denn ja nur original ist für mich das bessere denn klar ok man muss viele schimpfer da auch sagen können aber ähm bei mir ist es so ich bin halt derjenige der nur original anders geht's gar nicht und von daher ja bin ich am arbeiten von daher passt es auch noch auch wenn viele es nicht kapieren dass ich ähm wenn ich eine aufnahme mache normalerweise auf einmal alleine beziehungsweise auch mit freunden denn ja so weiß ich da macht es immer spaß es wird auch immer spaß machen leute ja nicht so wie ähm wie in pro mods oder so denn pro mods pro mods oder die tsm app da geht es auf jeden Fall nicht denn ja ja wie ihr wisst es ist kein multiplayer leider und von daher schade eigentlich peeling und also kommen die sind und im im die wird du 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 Ja, wir kommen jetzt zur ersten Tankstelle gleich, denn ich muss auch tanken, ne? Mein LKW, meinst du mir, ähm, du, ich hätt gern ein bisschen Durst und deswegen wird ich jetzt dann auch gleich tanken gehen, ähm, Steam, hallo, nein, seit wann schaltet sich der Scheiß wieder ein, Entschuldigung, aber, ähm, komischerweise, mein Steam Broadcast sollte auf einmal herrückruf nehmen, da hab ich auch was dagegen, jetzt muss ich mal schauen, was da los ist, so, jetzt tanke ich erstmal den Kran voll, und, ja, tanken müssen wir mehr, ne? Ja, 1139, mal tanken gehen. Ja, ich begrüße jetzt auch die Neuen im Chat, ähm, Servus, Mikey, und, ja, von Miros kann es gleich auch weitergehen, aber ich muss noch den Kanal aufmachen, denn ich muss noch was gucken, ne? Okay, nichts passiert, weiter geht's. Gott sei Dank, ähm, und stelle erstmal den LKW hier hin, wird mal ganz kurz absprechen gehen, und dann würde ich sagen, wir sehen uns auch gleich wieder. Kevin? 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 Hallo? Hallo? Ja, ich hör dich. Gut. Äh, Kevin, pass auf, wie machen wir das jetzt? Weil ich steht hier immer noch im TS. Weißt du oder was? Äh, ETL ist nicht mehr TS. Okay, warte, ich komm dann gleich online. Jo, hast du gerade Pause? Ich mach jetzt gerade Pause, ja. Okay. Warte kurz. Ich mach jetzt. So. Hey, heute Abend. Ich mach mal kurz den LKW tonight. Ich mach mal kurz den LKW. Also, als ob du auch hier den LKW, den LKW, da storyline des LKW. Vielen Dank.